Bike Together 18.600 Kilometer mit dem Tandem durch Afrika Dieses ungewöhnliche Projekt startete ich im Sommer 2007. Von Europa über die arabische Halbinsel bis ans südliche Ende von Afrika war es eine Reise durch die unterschiedlichsten Länder und Kulturen. Das Liegetandem eröffnete mir dabei neue Perspektiven und sorgte für einmalige Begegnungen. Lassen Sie sich begeistern von wunderbaren Bildern und spannenden Erzählungen. www.austach-partheid.org www.at�o-tandem.org www.atm-colon.org